Meister, habt ihr das gespürt? Eine Schütterung der Macht, mein Schüler. Männer, wir sind auf diesem Schiff schon seit Jahren. Wir benötigen einen neuen Agrar. Es befindet sich ein Bekannter an einer mir vorliegenden Position im Outer Wind. Jedoch müssen wir ihn erst befreien. Er hat früher schon ein Schiff von uns angeführt und wird dies auch wieder tun. Sir, mein Name ist CT-6366-Wexler. Ich soll mich Ihnen anschließen. Das ist so verstanden, CT. Ab in die Reihe und willkommen in unserer Einheit. Wie gesagt, Kameraden, wir haben Seite an Seite gekämpft. Tag für Tag. Doch das, was jetzt geschehen wird, wird alles verändern. Wirklich alles. Und Drexer, hast du immer noch Spaß? Ja, está. UNTERTITELUNG